Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 20. Es gibt heute eine Menge zu tun. Ich habe leider nicht so viele Coins. Was ist heute neu gekommen? Zum einen Wahnsinns-Tor SBC, Retro-Ulfer Champions League-Duelle sind heute gekommen, Kobolde sind gekommen und grüne Jungs. Grüne Jungs geht drei Tage, die machen wir noch. Heute machen wir die Kobolde SBC jetzt erstmal. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen was ziehen werde, dass ich in einer Stunde noch ein paar Coins rausbekomme, weil ich brauche heute als für die Retro-Dinger 20, 30k pro Teil. Und das andere grüne Ding war auch 20k. Es sind teure SBCs. Ich hoffe, wir kriegen auch was Geiles. Ein irischer Spieler, mindestens eins. Spieler aus derselben Liga, maximal drei. Spieler aus einem Verein maximal zwei. Selten mindestens sechs. Team Gesandung 75 und 85. Team Chemie. Welche Spiele haben wir? Um Horn. Horgen, mein irischer. Steuerer. Erdogan. Biosior. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. Mikkel San Jose, Erstbesitzer. Davia. Raul Garcia, Erstbesitzer. Susueta, Erstbesitzer. Gerard Moreno und Salisa. Macht drei Erstbesitzer. Könnt ihr eins zu eins nachbauen. Gibt ein seltenes Spiele-Effekt. Leider untauschbar. Warum immer untauschbar? Und es steht noch nicht fest, was es für Rewards-Donnerstag gibt. Ich habe zum Beispiel 14 Siege. Kriege zwei Red-Player-Picks. Aber es gibt keine Red-Player-Picks anscheinend diese Woche. Die wollen sich da irgendwas einfallen lassen. Und wenn es natürlich jetzt kein Red-Player-Picks, oder das sowas gibt, das wäre natürlich eine Demütigung für mich. Und da würde ich am Wochenende nicht mitspielen. Weil die 20.000 Münzen, da kann ich mir sparen. Die hole ich mir dann über Offline-Squad-Building raus. Das wäre natürlich ein Monat lang mal Ruhe. Mal schauen. Ich schaue mal, was die morgen raushauen. Beziehungsweise morgen Abend müsste man es ja wissen. Und jetzt schauen wir erstmal, was in dem Pack drin ist. Wäre auf jeden Fall nicht so toll. Einzig einige Top-Spieler. Ja. Man zieht ein 82er. Oder 83er. Was? Irgendwann ZM. Da ist es Artur. Ja, 80er. Artur, Artur. Ich dachte, ich hätte jetzt auch noch nicht. Er guckt euch an. Fünf Spieler gleich schon wieder doppelt. Fünf Spieler schon wieder doppelt. Ansonsten Fall K.O. und Raul Albiol Resch vor 83. 83er, das ist gar nicht immer so schlecht, das Peck. Ach, hau's weg. Bringt eh nix. So. Nichtsdestotrotz, support ist kein Mord. Like das Video, teilt es mit euren Freunden und schaut vor allem morgen wieder rein, damit wir mehr Squad-Building-Challenges hier sehen können. Und die nächste ist, SPC, die ich jetzt dadurch meine, ist noch, ich muss gucken, Wahnsinns-Tor, dafür braucht man aber Champions League-Spieler sind so immens teuer im Moment. Heftig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020